Hallo zusammen, ich bin Ivan von der Treadmill in Stuttgart. Wir sind am Stand von Nikolai und es gibt ein Fahrrad. Die Kollegen haben jetzt gerade lachen müssen, aber ich habe gesagt, ich muss euch dieses Fahrrad zeigen. Ich habe es schon gestern gesehen, habe es heute gesehen und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, wow, ich will es haben, ich will es haben und ich glaube, euch wird es auch so gehen. Das ist das Nucleon, das Nucleon gibt es bereits auf dem Markt, aber genau so in dieser Form habe ich das noch nicht gesehen. Was mir persönlich am Nucleon total gefällt, das ist diese Technik. Es ist viel Technik verbaut, also für Technikfreaks sicherlich ein Traumrad. Das ist jetzt kein Fahrrad, das man nach einer Schlamm schlacht, unbedingt sauber machen möchte, aber wie viel Technik hier steckt und wie super schön das alles verarbeitet ist, das ist der Wahnsinn. Und dann kommt noch dazu die orangene Farbe. Die orangene Farbe, das ist nicht einfach so orange fertig. Je nachdem, wie das Licht jetzt fällt, das ändert sich. Das wird mal dunkler, mal ein bisschen heller und dann ist es so richtig schön supermetallisch. Ich weiß seit ein paar Monaten, dass ich mir ein neues Nikolai bestelle, das weiß ich. Und ich überlege schon seit ein paar Monaten, in welche Farbe soll ich das nehmen und ich stehe auf solchen Farben, die ein bisschen greller sind. Und jetzt weiß ich es in genau dieser Farbe. Deswegen drehe ich dieses Video, weil dann gehe ich nachher zum Nikolai-Kollegen und sage, hey, bitte diese Farbe, bitte ich will es so bestellen. Und was kommt jetzt nochmal dazu? Es gibt ein paar schöne Intent-Komponenten. Hier die Federgabel in einer Silberbeschichtung. Und dann hat sich jemand Gedanken gemacht, wir haben nicht nur die edle Gabel, sie ist auch hier, schau mal, mit der Schrift Nikolai und hier Nucleon 16 noch abgestimmt. Und einfach irgendwie wunderhübsch. Das Fahrrad könnt ihr auch mit jeglichen anderen Komponenten auch bestellen. Ich will euch jetzt nicht großartig damit beschäftigen, weil bei Nikolai so viel möglich ist. Ich wollte es einfach euch nur zeigen. Und das ist so ein bisschen wie bei manchen vielleicht auch Sportautos. Man sieht das und denkt, hey, das will ich unbedingt haben. Die Wahrheit ist aber, das ist eine richtig rein rasige Enduro-Maschine. Und ganz ehrlich, ich habe drei Kinder, ich arbeite recht viel und ich denke mir, ja, du wirst ihn in die Garage stellen und du wirst aber nicht so viel mitfahren. Eigentlich brauchst du den kleinen Bruder, den Saturn 14, da drüben. Also das hier brauche ich. Aber mein Herz sagt, bitte das Nucleon. Also ich werde jetzt in den nächsten Wochen mit mir selber innerlich kämpfen und bin mir gespannt, was da rauskommt. Wenn jemand auch so eins braucht, er soll sich bei mir melden. Ich kann es ihm organisieren. Also viel Spaß. Ciao. Ciao.